ja ich kann ja runterklettern aber ich brauche das Feuer und das heißt ich muss gucken dass ich diesen wenn ich jetzt rübergehe schießt ihn ab aber ich muss ja das Feuer und mit haben immer einmal mit Zwiebeln einmal mit ohne mit Zwiebeln bitte ja wenn ich da jetzt drüber laufe dann ist der Hecht doch weg den brauche ich aber noch also was mache ich jetzt ja und jetzt jetzt bin er nicht zurück es ist doch gut so gut wie er abgenürft das ist das ist da die 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 und jetzt weit jetzt das hat jetzt viel gebracht nämlich gar nichts weil das absolut dumm war wie kriege ich diesen blöden homophobischen baumstamm-echsen sohn da ohne dass der abgang macht ich kann ja noch einmal drüber laufen und wenn ich den ich weiß nicht ob ich den da draufkriege ist was anderes was sie hier nichts zum lauf ich bin gewollt da unten aufzudrücken weil ich mir denke ein bisschen dumm ist das schon er geht dann immer nur den weg den erkennt ja und jetzt kommst du da wieder weg geil absolut geil jetzt ganz toll das ist halt wo ich denke voll für den arsch für mich ist das so blöde das ist echt blöd es kann sein dass das jetzt sowas von hoch intelligent ist ich denke da hätte ich vielleicht eventuell auch selber drauf kommen können so das genau deswegen habe ich das ja nicht gemacht normalerweise und jetzt schießt sie ich denke da nur von zwölf bis mittag gerade weil ich denke wenn ich genau das viel drauf gehe schießt die dann auch sofort in dem fall jetzt habe ich aber der fackel dabei so kann ich auf den letzten meter ran und falls ich in die richtung dann noch einen schritt weiter gehen würde schießt die dann es kann ja auch was soll ich das soll ich wieder zurück warum genau das meine ich ey ich muss erst mal auf sowas kommen ganz ehrlich die level die werden was das betrifft die werden immer besser brauche ich den immer hier rüber was ist für okay aber feierabend im gelände wo haben wir aber auch feierabend die boli immer wird und vorher kommt nicht vorbei ohne dass die Moppelkotzen macht aus mir Prozent Prozent und was mache ich jetzt mit dem Ding ja die ich komme noch nicht vorbei wie komme ich daran vorbei ich musste da weglocken hier hier du sollst das Ding der Leder Animations und jetzt so und jetzt ich muss ich da hin da komme ich da komm 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 jetzt komm 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 schießt nicht du gehst du jetzt rein Du sollst doch nicht zurückgehen. Oh, Mann. Falsche Richtung. Ja, und jetzt haust du nicht ab, ne? Ja, geil. Geil. Oh. Oh, Gott sei Dank. Was? What happened? Ho, Mann. Höh, Frau, Mann. Ja, hör auf jetzt. So, ich würde schon mal machen. Mann. So, ein komplizierter Trick. ja das ist wieder klar ja jetzt bleibst du da auch noch liegen oder was willst du mich nacken oder was die pferdearsch und jetzt man das ist so dämlich das spiel das kotzt mich jetzt schon wieder an es sowas sowas den sowas du musst bewegt die stadt war da vom fleck du dummes auch mit ihr ein halbes jahr darum zu spielen und dummelrose ich wollte gerade nach links rüber was jetzt hab auf dich keinen bock mehr du gehst mir auf die nüsse ich werde da nicht weil das ding muss ja darauf liegen bleiben von daher dahin hoch und da runter runter was wird dieser blöden kugel dein ernst jetzt machen wir den scheißdreck einfach noch mal ich drücke da mit der maus schon darüber ich bin gerade nicht ausrasten ohne scheiß manchmal gibt es dazu doof kommen hier die 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 führung mit der maus so ein wenig buggy ist so jetzt so ja jetzt ist klar dass du da wieder da bleibst ja so da laufen mit die einfach mal im scheiß kreis b in jetzt zurück oder war hochsteig halten dies auf die mehr man sich erst ein Fleisch und jetzt so war meine entscheidert oder uns genau sich wo willst du hin Junge wirst du jetzt mal auf Meter herzulaufen zurück ich krieg gleich einen Anfall dein Ernst du sollst doch da runterlaufen du dumme Krücke dann schwell ich mich aus das funktioniert auch nicht nee ich will sowas hasse willst du mich ich könnte jetzt abballern und sagen leck mich am Arsch hier 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 es war zurück ja ja wenn ich dir jetzt darüber rolle bin ich doch tot oder hätte ich unten erst die gelbe ziehen müssen ich hab hier jetzt so Bahnhof gerade da ist ich habe jetzt den sind heißt das wie jetzt tot und habe es darüber gekriegt aber ich hätte wahrscheinlich aber ich kann es da unten nicht ziehen der Wandermops der bleibt da gleich da das ist das ist so jetzt bin ich hier rüber geht er hier drauf so dann fährt unten dies dinge aus so das heißt wenn ich da bin wo die kugel ist wollt er hier wenn ich hier drauf gehe was war das orange nochmal ach so da wird dann die kugel ausgelöst genau so dann ist die dann ist die hier unten löst das gelbe aus kommt aber nicht weiter wegen dieser behinderten soll also kann ich mich auch umbringen lassen weil so gesehen ja das irgendwie schwachsinn das ist einfach absoluter doch genau und ich kann hier nicht ziehen ich kann ha nee bringt ja nicht seit ich die säule runter krieg ja ähm oder die kugel aber hä ja doch die kugel darf nicht nach unten moment die kugel darf nicht nach unten die muss da oben drauf liegen bleiben dann funktioniert es da komm ich komm dann auch dran vorbei oh annemarie hei 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 so chakry so warte mal erstmal hier genau ich muss erstmal gucken dass ich ach wenn Heinz Heinz Kapoffelhals so ok jetzt hab ich hier ja das müssen wir mal mal gucken denn so hier da so kriege ich dich jetzt da rein nein du willst natürlich wieder woanders laufen ne das ist so wieder typisch so du gehst das mal da rüber das hat sie denn ab furcht ab in die ee gehen so gelaufen ab ab du sollst doch nicht zurück du sollst doch runter da du sollst doch ab 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 ja ich ich musste ich musste ähm ok verstehe ich weiß ja genau du kusch jetzt wieder du dummer sau bewegst du dich auch und jetzt ich hasse dieses vieh eh da ich muss den kriegen dass ich den da draufkriege so hier da damit die scheiß ruhe und da kommt die die mit der runde so jetzt hab ich jetzt hab ich kein bock mehr das nervt mich jetzt ich weiß zwar das aber jetzt ist wie das mit dem fieder die ganze zeit mach es alleine macht macht er hinweist für mich so ja kein bock mehr das wieso du ihn hat gemacht darüber ziehen also was war ich ja ja soweit war ich ja das war ja soweit war ich also wenn man hört oder der schwachsinn auch mal auf so jetzt soll ich die darüber schieben es geht hier da hin da hin da hin da hin man echt jetzt und ich kämpfe mir ein ab an der es ist ja sehr geil das ist ja 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 das ist ja